Jedes halbe Jahr wechselt der Vorsitz im Rotationsprinzip. Seit Jahresbeginn ist Kärnten und damit Landeshauptmann Peter Kaiser von der SPÖ dran. Das Thema Mindestsicherung wird diese Runde beschäftigen. Hier sagt Kaiser, Kinder und Behinderte würden von den Regierungsplänen benachteiligt. Er will auch das Aufregerthema von Hasspostings unter den Landeshauptleuten thematisieren. Klaus Webhofer hat mit ihm über kommende Themen, dazu gehört auch die Steuerreform, zunächst aber über die Partei gesprochen, die nicht und nicht zur Ruhe kommt. Jüngstes Beispiel die Debatte um vermögensbezogene Steuern, die die Parteichefin selbst losgetreten hat. Und weswegen auch von Peter Kaiser freilich verhaltene Kritik kommt. Herr Kaiser, das Jahr ist noch sehr jung und schon führt die SPÖ wieder eine rein interne Diskussion. Für Parteichefin Rendi-Wagner sind Erbschafts- und Vermögensteuern wegen des guten Wirtschaftswachstums derzeit kein Thema. Gewerkschaft, Arbeiterkammer und auch Landesparteien sind da leicht irritiert über diese Aussage. Sie auch, wenn ich das richtig beobachtet habe? Nein, nicht irritiert. Es ist ein Unterschied, wie wir zu diesen Steuerfragen herangehen. Die Parteivorsitzende hat das reflektiert auf die derzeitige Debatte über die Steuerreform. Und bei einer konservativ-nationalen Regierung ist nicht davon auszugehen, dass es hier zu einer Erbschaftsbesteuerung ab einer Million kommt. Ich habe gemeint, dass es immer eine aktuelle Frage ist. Aber ich bin auch Realist. Umsetzen werden wir so etwas nur dann können, wenn es zu einer SPÖ-Regierungsbeteiligung kommt. Gut, aber das war das Thema der SPÖ in den letzten Jahren. Heißt das, nur weil etwas derzeit mit dieser Regierung nicht durchsetzbar ist, dann sollte man das Thema Adapter legen? Das heißt es nicht. Es ist nur ein Unterschied zwischen einer grundsätzlichen Einstellung und dem, was unter der laufenden Debatte prioritär auch erreichbar erscheint. Würden Sie sagen, jetzt ganz generell gesprochen, Pamela Rendi-Wagner hat ein glückliches Händchen bei ihrer Themensetzung? Wir haben derzeit erst die ersten beiden Monate einer neuen Parteivorsitzenden, der ersten Frau an der Spitze einer sehr traditionsreichen Sozialdemokratie. Und ich spüre überall, auch in unseren Kreisen, eine sehr, sehr positive Grundstimmung. Unser Ziel ist es, für die Menschen in diesem Land Positives zu erreichen, auch als konstruktive Oppositionspartei, die schonungslos aufzeigt, was aufzuzeigen ist, wo die Regierung aus unserer Sicht sehr, sehr viele Fehler macht. Aber, und das ist mir ganz wichtig, auch als politische Partei Orientierung zu geben, Wege in die Zukunft zu gestalten, die Probleme zu benennen und nach Lösungen zu suchen und Antworten darauf zu geben. Aber das Beispiel lässt wieder einmal die Zerrissenheit der Partei aufblitzen, die sich in der Vergangenheit, vor allem in der Migrationspolitik, wiederholt geäußert hat. Da gibt es einerseits Hans-Peter Doskozil in der SPÖ, der bei dem Thema eher bei der Regierung ist, und andererseits beispielsweise der Dreiskirchner Bürgermeister Babler, der kürzlich gemeint hat, es brauche mehr Courage, bei diesem Thema für humanistische Dinge zu werben. Dieses Thema wird die Partei weiter verfolgen. Wir haben ein Positionspapier gemeinsam mit Hans-Peter Doskozil unter breitester Einbeziehung der gesamten SPÖ-Familie zustande gebracht. Das ist ein Kompromiss, aber ein Kompromiss, der auch international Anerkennung gefunden hat und der letztendlich auch aufzeigt, dass man nur in Gemeinsamkeit, nämlich europäisch als Mindestbasis, dieser Problematik begegnen kann. Und es gibt auch heute niemanden mehr, auch nicht die Bundesregierung, die nicht erkennt, dass wir über Entwicklungszusammenarbeit oder Armut, Not, Probleme dort bekämpfen müssen, wo sie entstehen. Aber das bedeutet auch, dass man diesen Worten dann auch Handlungen oder budgetäre Reaktionen folgen lassen muss. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum man es nicht schafft, Ruhe in die Partei zu bringen? Ich glaube, man muss schon unterscheiden zwischen einer graben Stille, und das wird keiner einzigen politischen Bewegung jemals gut tun, und der Form, wie Diskussionen geführt werden. Und ich denke, dass wir sehr wohl auch akzentuiert Meinungen darstellen können, sollen. Das ist auch das Salz in der Demokratie und auch in der innerparteilichen Demokratie. Es ist immer nur die Frage, wie man so etwas austrägt. Ich in Kärnten bevorzuge den internen Weg. Wir diskutieren sehr heftig intern. Nach außen hin sind wir aber dann, wenn wir eine Meinung haben, auch wenn es ein Kompromiss ist, geschlossen. Worauf führen Sie den Umstand zurück, dass die Regierungsparteien als Gesamtheit jetzt, seit der Wahl in den Umfragen rechtsstabil, immer bei 55 bis 60 Prozent liegen, also bei einer satten Mehrheit? Wir haben so ein klein wenig bei zunehmender Globalisierung die Tendenz, dass wir uns anstelle auf eine Europäische Union als gemeinsamen Staatenbund zu konzentrieren, einen Rückzug ins Nationale. Und auch das ist vom ideologischen Grundwerten her eher etwas, was Mitte rechts auf nahhaften Boden führt. Bei Gefahrenmomenten, bei Unsicherheitssituationen, und die haben wir derzeit global auch durch einzelne Exponenten von sogenannten Weltmächten, dass du dann immer wieder fast instinktiv den Schutz des eigenen, des Vertrauten suchst. Aber dass das manchmal nicht zur Lösung führt, sondern eher zur Isolierung, das muss uns auch bewusst sein. Ein halbes Jahr führt jetzt Kärnten. Führen Sie den Vorsitz in der Landeshauptleute-Konferenz? Sie haben gesagt, bei den Themen Kompetenzbereinigung und Mindestsicherung gäbe es noch viel Diskussionsbedarf. Welchen denn? In der Frage der Mindestsicherung oder wie es jetzt quasi als Retro-Begriff heißen soll, Sozialhilfe-Grundsatzgesetz, ist sehr, sehr vieles offen, offen beziehungsweise kontraproduktiv gegenüber einer Grundintention eines Existenzminimums, einer Absicherung für Menschen, die sonst keine Hilfe mehr haben. Ich verweise auf Punkte, die auch medial bereits von vielen aufgezeigt worden sind. Die Benachteiligung von kinderreichen Familien, was für mich eine völlige kontroverse Haltung ist gegenüber der demografischen Entwicklung. Ich verweise darauf, dass sich die Regierung selber konterkariert, indem sie Pflege daheim forciert. Aber jene Leute, die das dann auch tun und Mindestbezieher sind, dann darunter leiden und Kürzungen erfahren. Also hier sind sehr, sehr viele Unausgewogenheiten hier, die korrigiert gehören. Es gibt Ansätze, die ich begrüße. Das ist die bundesweite Einheitlichkeit. Das ist die entsprechende Forcierung der Integration. Dass es auch Sachleistungen wie im Bereich Wohnen gibt. Aber es muss auch entsprechender Spielraum für Bundesländer werden, um da und dort entsprechenden Situationen gerecht zu werden. Das heißt, es muss ja noch Änderungen geben. Es sind alle gut beraten. Es wird ja wohl niemand ein Gesetz machen wollen, so unter dem Motto, wenn es anderen schlechter geht, fühle ich mich besser. Das kann ja nicht der Sinn und Zweck einer Regierung sein, in diese Richtung vorzugehen. Sondern was wir zu tun haben, ist bei einer bedarfsorientierten Mindestsicherung oder bei einem Sozialhilfegrundsatzgesetz, dass jene Menschen, die sonst keine Hilfe mehr haben, nicht im Wesentlichen zu den totalen Armutsträgern werden, sondern dass sie eine Chance haben, in Arbeitsleben, ins gesellschaftliche Leben wieder integriert zu werden. Wir reden hier über viele, die sich sonst in der Gesellschaft nicht wehren können. Über Kinder. Und hier bei Kindern zu differenzieren zwischen dem zweiten, dritten und dem vierten, fünften Kind, indem man ihnen einen Geldwert zuordnet, der offensichtlich auch gesellschaftliche Wertigkeit widerspiegelt, das ist für mich eine Entwicklung, die ich nicht teilen kann. Also hier sehen Sie noch dringenden Nachbesserungsbedarf. Ein anderes Thema, Diffamierungen, Hassposting, sexuelle Belästigung in den sozialen Medien sind ein immer größer werdendes Übel. Die Regierung arbeitet an einem Gesetz. Sie wollen das Thema jetzt auch auf die Agenda der Landeshauptleutekonferenz setzen. Warum arbeitet man da nicht einfach zusammen? Das ist auch die Einladung. Ich habe gerade vom Justizminister ein diesbezügliches Schreiben bekommen, das ich gestern beantwortet habe und wo ich auch dazu aufrufe, dass wir hier gemeinsam vorgehen. Das ist auch einer jener Bereiche, die ich vorher gemeint habe, wo es gemeinsame Aufgaben, egal ob Regierungspartei oder Opposition, ist, wo wir gemeinsam vorgehen müssen. Es wird hier möglicherweise in die Richtung gehen, dass wir schauen, dass eine Verwaltungsübertretung oder dass im Strafgesetz ein Straftatbestand hergestellt werden wird, sodass man dann auch von Amts wegen vorgehen kann. Und das bedeutet wiederum enge Abstimmung zwischen Ländern und zwischen Bund. Welcher Weg der günstigste ist? Ein Ansatz ist dafür die Ehrenkränkung, die es als gesetzliche Verankerung und Ahndung in sechs Bundesländern gibt. Verschiedene Ansätze. Ich möchte es auf die Agenda nehmen, um damit gemeinsam mit dem Bund sehr rasch zu einer Lösung zu kommen. Der Regierung schwebt ja auch ein digitales Vermummungsverbot vor. Also bei Strafparten soll die Anonymität fallen. Könnten Sie damit? Ich denke, dass das ein Ansatz ist, der ernsthaft geprüft werden muss. Ich glaube, wir müssen hier auch alle juristischen Bedenken, aber auch alle Chancen und Möglichkeiten von größerem Schutz miteinander abwägen und das nach den demokratischen Gepflogenheiten, die es in Österreich gibt. Aber das wird nur in einem Dialog oder Polylog gehen, sicherlich nicht in irgendeinem Stübchen allein und dann der Öffentlichkeit präsentiert. Dazu bedarf es einem wichtigen Meinungsbildungsprozess. Sie sind ein Gegner der Steuerautonomie. Was ist denn schlecht an einem begrenzten Steuerwettbewerb unter den Bundesländern, wie er ja zum Beispiel in der Schweiz funktioniert? Ich denke, dass bei einer überschaubaren Größe einer Republik, wie es Österreich ist, bei neun Bundesländern... Gut, die Schweiz ist noch kleiner. ...der Föderalismus, ja, aber wir haben eine andere Form des Föderalismus, dass der Föderalismus doch einer ist, der wichtige Elemente bedarf, nämlich den Ausgleich innerhalb eines Landes. Und der Ausgleich innerhalb eines Landes wird über den Finanzausgleich, der wiederum über die Steuern, die der Bund einhebt, finanziert. Die Länder haben derzeit je nach Ländern zwischen zwei bis drei Prozent an Steuereinnahmen für gewisse Landesabgaben. Und ich denke, dass die Steuerautonomie der Länder eigentlich einen Finanzausgleich, so wie wir ihn in der gewohnten Form haben, eher konterkarieren würde. Ich sorge mich darüber, dass sich dann Länder auch in einen Steuerwettbewerb gegeneinander begeben werden, was Betriebsansiedelungen, was verschiedene andere Steuern betrifft. Und ich würde auch eine Debatte über eine Steuerautonomie der Länder, der ich mich nicht verwehre im Übrigen, aber niemals unter dem Bund führen, denn das ist von Haus aus, glaube ich, eine Selbstbenachteiligung gegenüber jenem Partner, der damit natürlich nicht nur weniger Steuern einnimmt, sondern auch noch weniger an Zuteilungen und Ausgleichsmaßnahmen bestreiten wird. Aus meiner Sicht, und hier gehen wir auch weit über Parteigrenzen hinaus, bin ich der Meinung, dass am Ende des Tages eine Steuerautonomie den Bundesländern in ihrer Gesamtheit nicht hilft. Sie haben schon die Steuerreform angesprochen. Die Regierung will schon bei ihrer Klausur nächste Woche ihre Pläne vorlegen. Wo müsste Ihrer Ansicht nach der Schwerpunkt bei einer Steuerreform liegen? Ich würde vorweg einmal bei einer Steuerreform überlegen, wer sollen im besonderen Nutzen dieser sein und was soll eigentlich die Gesamtverbesserung sein. Und wenn ich mir das anschaue, dann würde ich einmal folgendem Grundprinzip folgen, dass es eigentlich für die Wirtschaft gut ist, einen Staat zu haben, der für einen sozialen Ausgleich sorgt. Und von dem Ansatz her denke ich, dass wir sowohl bei der Entlastung des Faktors Arbeit im Steuersystem besondere Ansätze haben, dass wir aber auch bei den Konsumsteuern da und dort Veränderungen machen müssen, insbesondere dort, wo es um Existenzfragen geht. Und das ist für mich ganz entscheidend der Bereich des Wohnens. Daher denke ich und hoffe ich, dass auch dieser Vorschlag, den der SPÖ-Parteitag beschlossen hat, nicht nur als SPÖ-Vorschlag gewertet wird, sondern ernsthaft in Erwägung gezogen wird, den Mehrwertsteuersatz bei Mieten von 10 Prozent zu streichen. Das müsste ein entsprechendes Ansuchen an die Europäische Union, um einen entsprechenden Freiraum geben. Aber das wäre ein Ansatz, der sofort bei den Menschen ankommt. Wir leben in Zeiten des Klimawandels. Warum sind denn Ökosteuern in Österreich so gar kein Thema? Ich fürchte, dass die Entwicklungen des Klimawandels schneller sind als das Bewusstseinswandeln in der Gesellschaft, was auch mit ein Versäumnis der Politik ist. Das sehe ich auch sehr, sehr selbstkritisch. Dass Steuern nicht unbedingt immer Freude heraufrufen, ist, glaube ich, uns allen klar. Sie sind aber die Grundvoraussetzung eben für den von mir auch genannten Steuerungsprozess der Politik in einem Land, in einem Kontinent, in einer politischen Gemeinschaft. Ich denke, hier ist es gemeinsame Aufgabe von Regierung und Opposition dafür zu sorgen, dass auch diese Steuerungselemente von ökologischen Steuersystemen, um beispielsweise der Klimaveränderung im Sinne der Menschheit entgegenzuwirken, stärker akzentuiert gehören. Ihre Landeshauptleute-Kollegen Platter und Toskozil haben zuletzt aufhochen lassen mit der Idee, man könnte ja vielleicht auch die Landeshauptleute wie Bürgermeister direkt wählen. Was sagen Sie zu dieser Idee? Meine persönliche Meinung ist, dass wir auf der Landeshauptleute-Ebene mehr als auf der Bürgermeisterinnen- und Bürgermeister-Ebene auch die Verbindung zwischen Wahlwerben der Gruppe und Personen, die an der Spitze dieser Gruppen stehen, benötigen. Und ich glaube, dass daher eine Direktwahl des Landeshauptmannes oder der Landeshauptfrau nicht zielführend ist. Die Wahl in diesem Jahr ist jene zum Europäischen Parlament im Mai. Rund um die Erstellung der SPÖ-Liste im Herbst gab es da einige Nebengeräusche. Ihre Kärntner Partei hatte sich eigentlich für ihren Sohn als Kandidaten auf einem gerade noch wählbaren Platz festgelegt. Es kam dann anders und Sie sprachen von einer Demütigung damals und persönlichen Enttäuschung. Manche haben Ihnen damals vorgeworfen, es gehe Ihnen um Ihren Sohn, was Sie heftig bestritten haben. Die Debatte ist beendet. Wir haben uns ausgesprochen, Luca Kaiser hat selbst am Bundesparteiter gesagt, was zu sagen ist. Und ganz offen gesagt, wenn ich so etwas anlegen würde, dann hätte man es auch anders machen können. Ich beeinflusse keine geheimen Wahlen, die dieser Nominierung vorausgegangen sind und nicht eine, sondern mehrere. Und ich nehme demokratische Entscheidungen zur Kenntnis, auch wenn sie meinen eigenen Sohn betreffen. Nur erlauben Sie mir eine ganz persönliche Bemerkung. Wenn ein Vater nicht stolz auf seinen Sohn ist, dann hat er irgendetwas falsch gemacht. Aber Sie haben damals ja auch kritisiert, dass das Modell, wie die Erstellung zustande kommt, nämlich dass zum Beispiel schwächere Landesorganisationen wie Oberösterreich und Niederösterreich gewissermaßen einen Fixplatz haben und starke wie die Ihre keinen solchen Platz hat. Wird sich da in diesem System was ändern? Das war das Ergebnis unserer Aussprache. Hier werden wir mit einer Arbeitsgruppe eine entsprechende Reform einleiten. Es gibt ja nur diese Europawahlen, die einen einzigen bundesweiten Wahlkreis haben. Und hier, glaube ich, gibt es intelligentere Lösungen als die, die wir zum Schluss angewandt haben. Werden Sie jetzt mit angezogener Handbremse Wahlkampf machen in Kärnten? Nein, mit Vollgas auf die Überholspur und mit einem Ergebnis beweisen, dass unsere Forderungen richtig waren. Danke für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen.